Das Hotel Holiday Inn Resort der Tornar Beach Oceanfront liegt in der Tornar Beach in Florida. Das Hotel Holiday Inn Resort der Tornar Beach Oceanfront ist sehr beliebt unter den Gästen 100%. Empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung was den Service, das Essen, Ambiente und die Lage anbetrifft. Die sieben Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,3 von 6 Sonnen. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig da nur sieben Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Saubere, geräumige Zimmer mit guter Ausstattung. Die Gäste sind rundum zufrieden mit den Zimmern des Hotels und vergeben eine Top-Bewertung von 5,8 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,5 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport- und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5,3 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5,2 von 6 Sonnen. Service. 4,9 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Gastronomie. Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den kulinarischen Angeboten des Hotel und vergeben 4,9 Sonnen von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.